Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal Collect All Pets! Ich bin gerade neu in das Spiel reingekommen, hab eben ein Pet-Hatchen dürfen, das ist der Brown Bunny. Ich geh mal davon aus, dass es so eins von wahrscheinlich drei Standard-Pets, die wertlos sind, weil es sieht ja schon mal sehr nach Pet Simulator X aus. Nur dachte, dass die Pets endlich mal schön gemodelt sind und die Umgebung auch... Na, die Umgebung sieht aus wie so ein typischer Simulator. Aber ich find es an sich auch ein bisschen ansprechend als Pet Simulator X. Und, oh man kann doch hier auf der Lok sitzen. Ich will wieder sitzen. Ach ja, wie schön. So genießt man's Leben. Ich find's wirklich schön, dass der Bunny hier richtig modelliert ist, dass er sich so schön animiert. Das gab's ja auch in Adopt Me bei den Pets. So, wir gucken jetzt mal. Brown Bunny steht Common, da steht gar nicht, dass der irgendeine Stärke hat. Gibt's irgendwelche Infos? Ich kann hier fusen. Fünf Pets, um einen zu fusen scheinbar. Aber hier steht wirklich nicht, wie stark das ist. Okay, wir schauen einfach mal, was man hier machen kann. Da hinten gibt's Ready to Claim. Dann claim ich erstmal ein Uncommon Egg und ziehe... Eichhörnchen! Oh mein Gott, das sieht voll gut aus. Das find ich voll schön, das Eichhörnchen. Das will ich ausrüsten. Chipmunk. Na gut, dann eben ein Chipmunk. So, hier sehen wir die besten Spieler mit 4800 Pets oder Pets-Score, wer weiß. Pets discovered. Es gibt 240 Pets aktuell davon. Das hier sieht aus, als wäre das hier eine Höhle, in die man irgendwann mal reingehen könnte. Aber ist es aktuell zumindest nicht. So, thanks for 10 Likes. Blablabla. 2x Gold Weekend starts on Friday. Ihr wisst natürlich, das Video hier ist vorproduziert. Ach, hier kann man wahrscheinlich wirklich rein. Aber das muss man alles noch freischalten. Okay, Most Quests completed und Top Earners. Okay, ich gehe jetzt einfach mal hier hin und kann ich die Dinge anklicken. Die Meadow. Warte mal, farben meine Pets automatisch? Meine Pets farben automatisch für mich, wenn ich einfach hier drin bin, oder wie? You completed the Quest. Claim your reward. Und mein Reward ist... Boah, der sieht geil aus. Boah, das Spiel ist richtig hübsch. Ich bin begeistert. Voll bin ich begeistert, dass meine Pets automatisch farben. Das find ich schön. Ich meine, es sind immer noch Pets, die ihren Kopf gegen irgendwelche Kristalle diesmal schlagen, um sie zu farben. Aber ich... Also, an sich finde ich, das hier ist ein viel schönerer Ansatz. Das hätte aus Petsimulator werden können. Nach Petsimulator 1 hätte das hier draus werden können. Das hier geht nämlich viel mehr in Richtung Petsimulator. Petsimulator X geht ja mehr in Richtung... Ja, wir haben weiterhin irgendwelche Blöcke, die irgendwelche Coins einsammeln, weil es in Petsimulator X gut lief. Aber jetzt mit hübschen Effekten. Das hier sind schön gemodelte Pets. Die animieren. Die sind smart. Die laufen irgendwo hin, um neu zu farben. Ich klicke mal hier oben hin, um mein nächstes Egg zu ziehen. Und ein Pink Ray... Oh, die sehen alle so geil aus. Als ob die alle so gut aussehen. Okay, ich hab nur vier Petslots. Ich hätte gerne mehr Petslots, aber wir gucken einfach mal. Oh, das find ich voll schön, das Spiel. Oh, hier ist ein Fan von Roblox Paul. Hallo Paulino. Er trägt grad den Roblox Paul-Merch. Hallo Bro. Warte. Hallo Paulino. So, Leute, falls ihr Roblox Paul noch nicht kennt, schaut einfach immer bei ihm vorbei. Sein Kanal ist jetzt hoffentlich hier oben rechts verlinkt. Ansonsten sucht er einfach nach Roblox Paul. Der macht auch richtig tolle Roblox-Videos. Hat grad erst angefangen. Und falls ihr nicht genug von Roblox-Videos kriegt, kriegt ihr da mehr. Und ojojo, sind das da oben die Pets, die man farben könnte? Können sich die Pets weiterentwickeln? Ich hab keine Ahnung. Es gibt noch so viel zu entdecken. Das find ich grad so cool, dass ich so ein ganzes Spiel für mich zum entdecken habe. Ich hab das einfach auf der Startseite gesehen und dachte mir, ja, könnte ich ja mal machen. Und ich bin gerade überwältigt. Weil das Spiel sieht so viel schöner aus als das, was ich bisher kannte. Also, ich geh mal hier oben wieder auf Öffnen. Ihr erwartet wahrscheinlich schon. Ah, ich hab ein Schnabeltier. Okay. Aber ich weiß immer noch nicht, was ist gut. Ich nehm mal den Bunny weg und dafür ein Platypus rein. Ich weiß halt nicht, welche Pets schneller farben. Das find ich da so irgendwie heraus. Ich mach jetzt erstmal diese ganzen Quests. Ich sammle jetzt erstmal alles ein. Golden Dog. Das find ich ein bisschen langweilig. Das kennt man ja schon standardmäßig. Sieht natürlich auch cool aus. Okay, jetzt Collect Drops. Dann collect ich mal ein paar Drops. Dup, 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 dup. Das ist schön. Ich glaub, ich mach sogar die Soundeffekte ein bisschen lauter. Ich hab das Spiel zu harsch eingeschätzt. Weil Petsimulator X ist ja so unglaublich laut. Deswegen hab ich's vorsichtshalber leise eingestellt. Aber das Spiel hier ist nicht zu laut. Das ist ganz schön. Das hat auch Musik. Und Digga, was ist das denn für ein Pad? Alles klar. Jetzt hier mal noch ein Esel. Und mein Wecker klingelt. Ich muss gleich arbeiten. Aber die 10 Minuten zieh ich noch durch. Hey Siri, stell mir einen Wecker in 10 Minuten. Bis dahin will ich das hier noch spielen. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so viel Laune macht. Only fuse extra Pets that you can't equip. Okay, danke für den Tipp. Was passiert eigentlich, wenn ich da hochgehe? Oder kann ich da nicht hochgehen? Lass mich hoch. Lass mich hoch. Lass mich hoch. Ich komm hin. Oh doch, doch. Ja. Ha! Man kann das wirklich machen. Yeah, ein Schieb. Und jetzt nochmal das hier öffnen. Und ein Porcupine. Ich weiß gar nicht, was das auf Deutsch ist. Hier nochmal hoch. Ich will das Eck da oben. Das wäre so cool, wenn ich dieses Eck kriegen würde. Bitte. Aber krass. Man kann einfach die Ecks einsammeln, die hier liegen. Common App kostet mich auch 7500. Oder geht's hier drin wirklich nur darum? Warte mal. Hier unten. 137 pro Sekunde? 122 pro Sekunde? Ich hab keine Ahnung. Ist das ein Durchschnittswert? Ich hab keine Ahnung. Oh, ein ganzes Spiel, das ich entdecken kann. Aber leider muss ich in ein paar Minuten arbeiten. Oh. Ich wünschte, ich könnte das länger aufnehmen. Aber ich sammle jetzt alles auf. Ich öffne wieder ein Eck. Und ich kriege jetzt einen gepunkteten Pilz. Oder wie wir sagen in Deutschland, einen Fliegenpilz. So. Das hier noch öffnen. Und noch einen Fliegenpilz. You can fuse pets to higher rarity. Alles klar. Das mach ich gleich. Ich will nur hier einmal einsammeln. So. Ich geh mal rauf. Und fuse jetzt. Und ich fuse den Dog, den Bunny, den Sheep, den und den Shrew. Und ich fuse. Mein erstes Ankommen-Pet. Ein Tempered Hedgeling. Und das sieht jetzt wieder aus wie so ein klassisches Pet. Das ist ein bisschen schade. Aber ich glaube, das Schnabeltier muss gehen. Und dafür kommt der jetzt rein. Und fängt dann an für mich zu farmen. Klick hier vor to see your pet score. Okay, cool. Ich geh jetzt wieder hier oben rauf. Sammle weiter ein. Oh, es geht so viel Fortschritt. Ein Kamel. Die sehen alle so schön aus. Okay. Wenn ich hier rauf gehe, sehe ich, ich habe elf Pets. Wenn ich return. Ach, dann geht es einfach nur zurück. Verstehe. Oh, es gibt noch einige Pets zu entdecken. 250, 260 stand da hinten. Oder 240. Okay, 240 Pets gibt es aktuell. Das ist eigentlich auch mehr als genug für so ein Spiel. Ich meine, das erste Pokémon-Spiel hatte auch keine 240 Pets. Beziehungsweise 240 Pokémon. So, ich öffne wieder das nächste Eck. Und... Ein Spotted Dog. Gut, jetzt geht es darum, einfach Pets zu farmen. Die dann zu fusen, um seltenere Pets zu bekommen. Destroy Crystals. Ja, darauf muss ich dann warten. Aber ich sammle die Sachen ein. Oh, es ist so schön. Es macht Spaß. Und ich bin so beschäftigt die ganze Zeit. Die Frage ist, bleibt... Hält das an mit der Beschäftigung über... Augenblick. Wie soll ich denn da hochkommen, um das Eck zu bekommen? Ich will das Eck aber bekommen. Okay, ich muss es sehen. Gibt es einen Shop? Enter Code. Ein Augenblick. So, ich gebe oben erstmal den Code ein. First Code ever. Und kriege, Checking Code, einen Goldboost. Okay. So, jetzt kriege ich nochmal 2000 Gold. Es geht immer weiter und weiter und weiter. Ich könnte vielleicht die nächste... Ne, ich kann gar nicht in die nächste Region. Ich muss erstmal neue Pets collecten. Das finde ich auch schön, dass man Pets collecten muss, um weiterzukommen. Ich will aber weiter einsammeln. Ah ja, komm, ich kann ja das nächste Eck öffnen. Vielleicht kriege ich dann ein neues Pet. Ein Koala. Ja, ein Koala hatte ich noch nicht. Schön. Ey, die Pets... Es macht mir einfach nur Spaß. Einfach nur, weil die Pet-Modelle so schön aussehen. Weil die Pets haben ihre Animationen. Dieses Schaf... Es hat halt... Dieses Schaf hat halt eine Persönlichkeit. Vor allem... Guck mal, wie... Wie das so wobbelt, wenn es angreift. Ich finde es so schön. Die machen richtig... Hier, guckt mal. Die machen Use von Skint Mesh. Das ist... Da hat jemand Arbeit reingesteckt in dieses Spiel. Das gefällt mir. Ich gehe mal auf die Pets und sehe, ich habe... Ah, ich kann wieder fusen. Dann fuse ich auch mal wieder. Und... Ein Happy Iguana. Okay. Den rüste ich dann natürlich aus. Dafür muss... Äh... Ich mag all diese Pets. Dann muss mein Chipmunk gehen. Für den Happy Iguana. So. So. Aber gibt es hier irgendwo einen Shop? Da vorne am Anfang vielleicht? Weil ich will gucken. Ich will... Ich will gucken, ob ich irgendwie... Sprungkraft irgendwie kriegen kann, damit ich da hoch kann und dieses Eck holen kann. Aber dann muss ich außen irgendwie eine Obby schaffen. Ich habe keine Ahnung. Ich will es da hoch schaffen. So. Vielleicht hier. Okay. Was gibt es hier? Gibt es wieder Available? Neue Eggs halt. Da gibt es ein Leaderboard. Total Petscore. Mein Petscore ist momentan 14. Und ich brauche einen 15er Petscore für die nächste Region. Das kriege ich doch easy hin. Jetzt einfach noch ein paar Crystals destroyen. Das passiert ja von alleine. Und hier plus einen Damage. Ach, ich kann mir plus einen Damage kaufen für 1000. Jetzt 1500. 500. Ja, kaufen, 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 kaufen. Okay, weiter kaufen kann ich nicht. Jetzt gibt es hier auf jeden Fall Current Reward. Reward. Okay. So, ich hole erst mal das nächste Eck und... White Rabbit. Damit habe ich die nächste Region freigeschaltet. Und dann gehe ich auch in die nächste Region rein. Use this button to make your pets stay in the current area. Und dann sage ich, Pets, kommt in den Forest. Und sie stürmen rein in den Forest. So, ich sammle hier aber jetzt mal alle Coins ein. Weil das will man ja nicht verschwinden. Okay, higher Rarity Pets deal more Damage. Also es ist egal, welches Pet du in welcher Rarity hast. Sondern sie machen mehr Damage, wenn sie eine höhere Rarity haben. Das finde ich auch ein schönes System. Wenn man nicht so überfordert mit ganz vielen Werten, dann machen die Rarities auch Sinn. Weil im Pet Simulator ist es ja so, du kannst ein Mythical Pet haben. Und das ist... Das ist strachsinnig. Das braucht keiner. Okay. Ich will immer noch wissen, wie ich da hochkomme. Wie komme ich da hoch? Ich weiß es nicht. Aber es gibt hier so viele Coins zum Aufsammeln. Ich brauche auf jeden Fall einen Shop. Warte, das da vorne sieht doch aus wie ein Shop, oder? Gucken wir hier mal rein. Oh, hier ist ein Ei. Öffnen wir das Ei und... Brown Horse. So. Plus ein Pet Equipped für nur 25.000. Das gönne ich mir. Das gönne ich mir sowas von. Einmal hier einsammeln. Bab. So, jetzt haben wir die 25.000. Pet Equipped Slot. Bye. Und ich equippe den Chipmank wieder. So. Alles einsammeln. So, genießt man's Leben, Leute. Also genießt man's wirklich auch. Ich find das so schön. Aber ich kann mir vorstellen, warum das Spiel vielleicht nicht so viel Anklang finden wird wie Pet zum Lauter X. Und zwar... Es scheint nicht den... Es scheint nicht so zu sein, dass es so ultra, ultra mega seltene Pets gibt. Und... Es gibt kein Trading. Die Sache ist, mit Trading macht man sich so ein Spiel theoretisch kaputt, weil dann gibt's ja kein Progress. Dann kann jeder mit einem Trade einfach zum besten Spieler der Welt werden. Und so ist es ja ein Pet Simulator X. Aber ohne Trading gibt's auch ein wenig, was die Leute in dem Spiel richtig fesselt. Ich komm hier nicht hoch und ich komm da auch nicht hoch. Dankeschön. Ich brauch noch eine zweite Person, die mir hochhilft irgendwie. Komm mal. Komm, spring du hoch. Nimm mich. Und dann gönnst du dir das Ei. Aber wir müssen irgendwie da hochkommen. Da kommen wir leider nicht hoch zu dem guten Ei. Naja, schade. Irgendwann finden wir noch einen Weg. Vielleicht brauchen wir einfach genug Freunde. Leute, schreibt's mir mal in die Kommentare. Soll ich das Spiel hier vielleicht mal mit euch im Livestream spielen? Dann können wir versuchen, an diese Stellen da oben hoch zu gehen. Das wäre auf jeden Fall super cool. Schreibt mir auch in die Kommentare, falls ich irgendwas übersehen hab. Falls es noch irgendwelche Tipps und Tricks gibt, die ich unbedingt wissen soll. Ich sammle hier weiter die Sachen ein. Muss gleich leider arbeiten. Aber ich will die Zeit noch nutzen. Ich hab noch eine Minute unter... Oh, da muss ich auf jeden Fall los. Och, Mensch. Naja. Ja, da klingelt mein Wecker. Okay, ich muss jetzt leider arbeiten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Schreibt auch bitte in die Kommentare, falls ihr mehr davon sehen wollt. Mir macht's mega viel Spaß. Bis dann und... Ciao!